Heftige Bewegung an den Aktienmärkten, das zeigt, dass irgendwas im Busche ist und zumindest mal da es nach unten geht, jetzt heftig, die gute Laune erstmal, nicht das vorrangige Richtungsweisenelement ist hier in den Märkten. Tatsächlich eine starke Abwärtsbewegung, ich meine wir haben darüber gesprochen, dass die Märkte noch alles andere als aufgeräumt sind. Wir hatten die Aufwärtsbewegung beim DAX Future jetzt hier, also bei dem 24-Stunden-Kontrakt oder nahezu 24-Stunden-Kontrakt, wo wir schon gesagt haben, die Aufwärtsseite, also nach dem Impuls sieht das auch nicht aus. Also das scheint sich im Moment zu manifestieren, dass die Aufwärtsrichtung nach wie vor, egal von wo ausgehend, ob man von diesem Tief hier guckt, ob man von diesem Tief, das sind alles keine impulsiven Bewegungen. Wir haben jetzt eine sehr dynamische Abwärtsbewegung und das zeigt, dass der Markt eingeschnappt ist, dass er die aktuellen Nachrichten nicht gut auffasst. Ihr habt vielleicht aufgrund dessen, was wir hören, jetzt kommt der Ölpreis gerade runter, habt ihr vielleicht eine Meinung, was der Markt machen sollte. Wir gucken jetzt mal drauf, was die anderen Marktteilnehmer tatsächlich meinen und was sie nicht nur meinen, sondern was sie tatsächlich tun. Und das ist so ein starker Abverkauf hier beim FDAX, dass Long aktuell zumindest mal nicht wirklich interessant ist. Im Gegenteil, für die, die am Nachmittag aktiv sein wollen, all das, was wackelig nach oben kommt, eine Chance bietet, um nochmal tiefer zu gehen. Also, wir kommen immer mehr in den Gefahrenbereich hier. Wir haben häufig darüber gesprochen, 13.500, noch sind wir oberhalb. Aber dieser nicht uninteressante Bereich hier, den sehen wir noch vor uns. Jetzt lassen wir das mal so im Hinterkopf. Aber wir wissen alle, der DAX bewegt sich ja nur aufgrund dessen, was in Amerika ist. Naja, nur ist so eine Sache, aber eben sehr stark, angeleitet von Amerika. Deshalb lasst uns mal gucken, wie es da aussieht. Das Bild ist nahezu identisch. Und ich will mal erstmal auf dieses kurze Bild eingehen. Wir werden jetzt mal zwischen den Kontrakten ein bisschen hin und her wechseln. Das ist jetzt der Dow Jones. Wunderschön, insofern, dass wir ein echtes Hoch haben. Das hier ist eine echte Hochmarke. Wenn ich hier mal meine Einspielung kriegen kann. Jawohl. Naja, gut. Etwas eckiger, als ich es wollte. Aber da oben ist eine Hochmarke. Der Kurs kam von unten. Das heißt, diese Bewegung, die wir hier haben, ist A. Scharf. Sehr dynamisch. B. Abwärts. C. Die erste Welle vielleicht von irgendwas. Zumindest ist die Möglichkeit gegeben, weil das der höchste Punkt ist. Wenn jetzt, und das ist ganz wichtig, die nächste Zeit, irgendwann jetzt mal ein wackeliges Aufwärts-Element hier mal passiert. Das kann ab sofort sein. Nächste Minute. Kaum Video fertig und er wackelt hoch. Es kann sein, dass der Markt erst nochmal weiterfällt und danach erst das macht. Das weiß ich nicht. Aber sobald er das macht, haben die Marktteilnehmer bestätigt, dass sie das als die wichtige Richtung ansehen und das nicht als ein ernstes Wechselspiel angehen, sondern dass sie sagen, es geht, wenn wir das Ding durchstoßen, nochmal weiter nach unten. Achtet da drauf. Das, was wir hier haben, ist etwas, das nenne ich Eyecatcher oder Blickfang, kann man auf Deutsch sagen. Also irgendwas, wo ich sage, geil, ich habe es gesehen. Jetzt sehe ich das. Das heißt, die nächste Korrektur kann ich nutzen, um mir einen Einstieg in die scharfe Bewegungsrichtung, also in dem Fall Dynamik nach unten, wackelig hoch, würde bedeuten, dass wir nochmal eine Chance haben nach unten. Das würde sowieso passen. Da gibt es eigentlich gar nichts zu maulen. Das würde im schlimmsten Fall auch in das im Vier-Stunden-Chart hier passen, diese Bewegung. Also selbst wenn wir dann hier nur irgendwie sowas in der Art bekämen, naja gut, dann sind wir halt hier erstmal irgendwie hochgelaufen, kriegen hier eine ABC runter und selbst dann wäre noch das bullische Bild nachher möglich. Denn das, was ich hier gerade so dramatisch eingezeichnet habe, führt uns ja innerhalb dieser Aufwärtsbewegung irgendwo in diese Mitte rein. Denkt immer nochmal in Kategorien von Fibonacci. Nämlich, wir messen mal von diesem tiefsten Punkt hier, zack, bis zu dem höchsten Punkt, zack. Das ist dann diese Dynamik nach oben. Dann müsste es in diese Kiste reinlaufen. Und zwar idealerweise A, B, C oder irgendwie anders wackelig, damit das eben korrektiv ist. Und dann hätten wir sogar die Long-Seite hier wieder. Und das ist durchaus einer gewissen Logik folgend. Denn viele sagen natürlich, ja, das ist doch alles Quatsch. Das hängt doch von den Nachrichten ab, die im Moment passieren. Und die kommen. Ja, richtig. Das ist goldrichtig. Der Markt ist derjenige, oder die Nachrichten sind die, die die Impulse dafür geben, was der Markt als nächstes tut. Also der Anschubser sozusagen. Aber an dem Verhalten der Marktteilnehmer erkennen wir, ob sie das ernst nehmen oder nicht. Das heißt, ihr könnt natürlich gerne eure eigene Meinung haben und sagen, manch, jetzt haben wir hier irgendwie ein Verhandlungsangebot auf dem Tisch oder neue Odessa ist eingenommen oder die Energiepreise werden jetzt hier ganz anders oder Swift wird jetzt nochmal wieder anders als vorher. Daraufhin passiert das als nächstes. Oder ihr könnt sagen, ich habe vielleicht selber eine Idee, eine Meinung dazu, aber was sagen denn die anderen Marktteilnehmer? Und das, was sie hier tun, ist das Getane, statt darüber zu sprechen, ja, das ist doch ein gutes Sein, ein schlechtes Sein. Hier sehen wir, was die Marktteilnehmer daraus machen. Sprich, wackelig runter, sprich ABC runter, hätte eine sehr realistische Chance, wenn wir das dann nach oben durchstoßen, dass sich das nach oben weiterentwickelt. Sehr typisch, sehr realistisch. Immer wenn ihr so eine scharfe Bewegung habt und die wird abgelöst von einer schwachen Bewegung oder von irgendwas seitwärts wackelig, geht es in Trendrichtung fort. Wenn das die erste Bewegung gewesen wäre, hätte man gesagt, ja, passt. Es ist wohl nicht die erste Bewegung, deshalb die Überlegung in dem Fall nicht eins zu eins hier hinten, sondern halt nur irgendwie die Fortsetzung. Wenn es aber die erste Bewegungsrichtlinie ist und in diesem Fall beim Dow Jones können wir das durchaus sagen, ist es realistisch möglich, die erste Bewegung. Wenn es jetzt wackelig hochkommt, dann eben nochmal das. Und jetzt direkt um? Kann das nicht auch sein? Ja, zur Not könnte das auch sein. Profis würden dann sagen, ja, das ist hier eine Seitwärtskorrektur und da sind jetzt viele verwirrt und sagen, ja, siehste, kann wieder das sein, kann wieder jenes sein. Man weiß es nicht. Ja, der Unterschied ist nur, wenn das diese Seitwärtskorrektur ist, dann ist die Korrektur rum und dann müsste als nächstes die Trendrichtung sich ja wieder fortsetzen. Wenn sich die Trendrichtung fortsetzt, dann müsste das ungefähr so aussehen. Daran seht ihr, der Unterschied ist, wir kriegen entweder das oder wir kriegen das. Das kann ich unterscheiden. Kriege ich das, suche ich natürlich nicht nach Short-Überlegungen. Im Gegenteil, dann suche ich Long-Überlegungen, sobald er dann wackelig runterkommt. Kriegen wir das? Dann haben wir doch dynamisch runter, wackelig hoch, dann suche ich Short-Überlegungen, wenn er das nach unten macht. Und ihr seht, an diesem Punkt mache ich persönlich gar nichts, weil der Teil fehlt. Ich brauche also dieses Zwiegespräch sozusagen der Marktteilnehmer, nämlich derjenigen, die die starke Bewegungsrichtung initiiert haben. Die waren schon dran und die, die jetzt die Gegenwehr liefern, ob das eine starke oder eine schwache, das ist eine schwache Gegenwehr, das wäre eine starke Gegenwehr. Und dann kann ich entscheiden, okay, auf welche Seite schlage ich mich. Also, es ist natürlich so, dass die Marktnachrichten jetzt im Moment eine ganz große Rolle spielen. Allerdings darf man nicht vergessen, wir haben so viele Karten im Moment hier auf dem Tisch. Es gibt die kriegerische Auseinandersetzung, es gibt immer noch die Chance, dass man sich vielleicht doch an irgendeinem Punkt mal einigt, dass der Krieg beendet wird und man sagt, okay, lass uns noch mal sprechen. Die Chance mag klein sein, aber sie ist ja nicht null. Es ist die Frage, tut sich auf Sanktionsseite das eine oder das andere? Wie sieht es aus mit den Ölpreisen beispielsweise? Zusätzlich wissen wir jetzt, Fedchef Powell hat sich auch geäußert wieder. Das heißt, wir haben von der Seite auch wieder einen Einflussgeber. Das heißt, wir haben so viele Dinge, ich traue mir nicht zu und das mag an meiner Kleingeistigkeit liegen, daraus abzuleiten, was als nächstes hier an der Börse passiert. Aber ich muss es ja nicht selber entscheiden, ich gucke einfach, was die anderen machen und sage dann, wenn ihr das macht, mische ich einfach mit in eurem Spiel. Das Ganze geht natürlich übertragbar, auch beim S&P. Ihr seht, die Situation ist dieselbe hier. Ihr habt eine sehr scharfe Abwärtsbewegung. Es ist offensichtlich ein Hochpunkt, der Kurs kam von unten. Ich mache es jetzt mal einmal groß, sorry, ich vergesse das immer noch mal wieder, weil ich das so gewohnt bin mit dem Vierfachcharts. Aber in dem Fall machen wir das mal. Aber ihr seht ja, es geht gar nicht so sehr um die einzelne Bewegung. Das Muster und das Muster. Das müsst ihr, wenn ihr das versteht, Dynamik, in dem Fall nach unten, wackelig in die Gegenrichtung. Schreit danach, dass, wenn wir diese Marken brechen, es nochmal in die Richtung geht. Und wenn es nicht wackelig geht, dann die einfachste Form von Wackeln ist eine ABC-Bewegung. Dann ist das halt hier vielleicht der Trigger. Aber die Quintessenz, dass das hier vorne, nehmen wir sogar den richtigen hier, dass das, was wir hier vorne hatten, sich da hinten nochmal fortsetzt, die ist relativ groß. Und deshalb ist das ein guter Orientierungspunkt. Zu gucken, bekommen wir eben das. Und wenn ich falsch liege, dann bekommen wir vielleicht jetzt das. Wie gesagt, ob das jetzt exakt von diesem Punkt ausgeht, ihr müsst euch immer vorstellen, Vorsicht, ihr müsst euch immer vorstellen, das kann genauso von diesem Punkt sein, dass es die nächsten Minuten noch weiter fällt. Das weiß ich nicht. Es gibt hier sicherlich ein bisschen Unterstützung. Aber was soll ich hier raten, ob diese Unterstützung jetzt relevant ist oder nicht? Viele sagen, ja, guck mal, das ist eine Unterstützung. Ja, super. Kann ich mir auch vorstellen, dass der Kurs da dreht. Aber egal was, wenn er dreht, muss er was machen? Irgendeine Bewegung. Und die kann ich mir wieder angucken. Egal, notfalls im Minutenschart, ob die eben so aussieht oder ob die eben so aussieht. Und daran kann man dann sagen, okay, welche Richtung ist die, die ich vorzüglich eben handeln will? Also achtet bitte da drauf. Das ist so eine Hilfe. Dann habt ihr zumindest mal richtungsmäßig vorläufig erstmal die Lache auf eurer Seite. Übrigens, wenn ihr jetzt sagt, ja, das hätte ich aber hier oben, hat mir das nicht geholfen. Ich war hier long. Also da oben sollte man nicht long gegangen sein, um Himmels Willen. Wenn long, dann eventuell hier auf der Marke oder gegebenenfalls auf irgendeiner Zwischenmarke hier oder gegebenenfalls, wenn ihr hier einen Schub habt und wackelig hier runter, an dieser Marke long gehen. Und dann müsst ihr den Stop halt hinterher ziehen. Das ist so. Das heißt, wenn ihr den entweder auf dem Einstieg nachziehen oder hier auf dem Einstieg oder von mir aus auch irgendeiner anderen Methode, Supertrend zum Beispiel, dann ist er vielleicht ein bisschen enger. Manchmal ist er ein bisschen weiter. Das werdet ihr nicht optimal hinbekommen. Das liegt daran, dass man halt optimal immer erst im Nachhinein weiß. Aber ich habe dann keine so großen Risiken mehr. Wenn wir dann irgendwo hier oben waren, klar, dann habe ich vielleicht einen Teil meiner Gewinne wieder abgegeben. Aber so what? Ich bin erstmal einigermaßen safe mit meiner Überlegung, dass es ja in diese Richtung sich einigermaßen trendmäßig nochmal fortsetzt und ich aufgrund der Fortsetzung die Chance habe, meine Stops auch irgendwie hinterherzuziehen. Das muss nicht bedeuten, dass das immer positiv ist. Aber wenn ich jedes Mal mein Risiko halbieren kann, noch nicht mal auf Null, aber halbieren kann, dann habe ich recht reduzierte Risiken. Aber wenn dann mal einer durchläuft, ein CRV, ein Chance-Risiko-Verhältnis, das richtig Spaß macht. Also bitte geht nicht davon aus, dass auch gerade in dieser sehr komischen Zeit jetzt, wo viele sagen, da funktioniert Chart-Technik nicht. Natürlich funktioniert Chart-Technik. Es sind die gleichen Marktteilnehmer. Die müssen halt jetzt mit mehr Nachrichten klarkommen. Aber das Grundprinzip, starke Bewegung, wackelige und dann das mit den Triggern. Hier ist es halt mal weit gelaufen. Oder, Entschuldigung, auch hier wackelige Gegenbewegung. Im Kleinen, das ist jetzt alles im Kleinkram. Das gleiche Prinzip werdet ihr aber auch, wenn ihr mögt, in den größeren Zeitebenen immer wieder finden. Nicht immer finden, aber immer wieder finden. Und wenn ihr sie dort findet, dann wisst ihr, okay, die starke Bewegungsrichtung, die schwache Bewegungsrichtung, es setzt sich die starke wohl vorrangig nochmal durch. Im Moment also wenig Gutes zu berichten. Dafür müsste der Kurs jetzt wirklich dynamisch mal die Richtung wechseln, steil nach oben und wackelig runterkommen. Auch Nasdaq sieht nicht entsprechend da, was das angeht, aus. Im Gegenteil, es sieht nach einer sehr scharfen Abwärtsbewegung aus. Also auch hier gilt, Dynamik runter, wackelig hoch und die Erwartungshaltung genauso wie bei allen anderen, dass sich das fortsetzt, wenn es wackelig ist und das Zwischentief hier gerissen wird. Das ist eine Sache, die ich euch mitgeben will, für die Kürzerfristigen unter euch, für die Längerfristigen. Der Hinweis, es ist noch nichts entschieden. Der Markt ist da noch nicht ganz klar. Das, was ich hier als Aufwärtsbewegung habe, ich würde mich eigentlich eher freuen, wenn der Markt nochmal so auf die Hälfte dieser Strecke runterkommt, wer es nicht gut lesen kann. Also nehmt ihr diese Strecke, die wir hier hatten, vom Tief, das ist 24. Februar, dann die Hälfte wieder runter. Das ist ungefähr, also wirklich nur ganz grob über den Daumen gepeilt, 13.700. Wer es genauer sehen will, kann ja mit Fibonacci hier nochmal agieren, aber ungefähr so in diesen Klumpen da rein. Und dann kann man sagen, okay, vielleicht ist das ja zack, das ist die Korrektur und dann wird entschieden, ob der Kurs wieder dynamisch hoch und so weiter. Das Spiel bleibt immer das Gleiche. Das ist recht verlässlich und das ist das Schöne an den Märkten. So, euch jetzt erstmal alles Gute, toi, 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 liebe Grüße und bis hoffentlich bald.